Ich bin so froh, wieder hier zu sein. Lila! Ein Jahr einhörig ist echt genug. Du hast hier so gefehlt. So sieht sie! Berlin, bitte! Oh, er ist so süß. Okay, du rückst ein Autogramm, aber dann ziehst du ab, okay? Was? Wie heißt du denn? Lila. Und du? Ich? Ja, du. Ich bin Christopher. Du hast Sommersprossen! Ist ja auch Sommer! Hat schon Vorteile, dein Leben? Groupies auf dem Hotelzimmer? Was ist das Beste? Du bist wie zwei Personen auf einmal. Und die eine Person, in die ich mich verliebt habe, die verschwindet immer wieder. Jetzt weiß ich, wie sich Madonna fühlen muss. Lass es uns probieren, Lila, bitte. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Krass! Das ist ja krass! Das ist ja krass! Das ist ja krass! Was ist ja krass! Wir schneller! Alright, ich Eachine! Oo ist ja krass! Ich bin der Hercess justamente schmerz! Vielen Dank.